hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren episode mit den amtsgamer wir spielen heute eine runde awesome notes von der partie ist der kollege duke und ich es ist ein 2d moba optisch jetzt ein bisschen untergedreht aber doch noch mit einer gewissen komplexität und schwierigkeitsgrad und ja ich würde sagen starten wir mal und dazwischen mit dem die starstorm und zwar seinerzeit auf kickstarter und ja dort mal zusätzliche zusätzliche chance und so weiter ich spiele meistens mit der rallye mit der sniper ihr hat heute und dann auch unter andern ja das ist ein paar es geht ziemlich weit das kann man halt aufbauen auf schaden oder dass die zeit verkürzt wird oder sonstiges und aber diese zeitverlangsamung spalten das schmeißt man zum ball und wenn der gegner da hinein kommt dann wird die zeit verlangsam beziehungsweise im schaden und ja der rest ja das muss man im spiel man erklären das soll jetzt kein tutorial sein das haben wir jetzt nicht als tutorial aufgebaut aber ich denke mal die leute was das schauen die werden diesen grundaufbau glaube ich schon ganz verstehen ich meine das ist halt ein moba sollte ein bisschen einfacher gehaltenes moba sage ich einmal dort gibt es halt auch creeps dürme je nach map drei bis vier dürme und ja genau jetzt können wir wieder mal warten sowie ja schon jetzt länger nicht mehr gespielt hat sich einiges getan auch wieder user interface ob man ist komplett neu aufgebaut und fast nicht zurecht gefunden auf dem ersten moment also man hat quasi pro saison groß kill dem was jeder hat sowie zeitverlangsamung spalte oder die sniper gewehr hat man glaube ich gehabt fünf oder sechs oder waren es mehr auswollende was man aber es waren zur verfügung gehabt und man da war am anfang immer nur drei auswählen können mittlerweile ist so das system gibt es auch nicht mehr das heißt man kann im spiel quasi für jeden ist es jetzt sagen skill baum quasi drei fähigkeiten für das jeweilige für den ehemaligen skill auswählen gab beispiel dass da das snapper einfach schneller loadet oder sonst das system ist ein bisschen dynamischer aufgebaut weil vorhin sofort man sich müssen bevor das match anfängt gewisse skills entscheiden das hat man dann auch nicht mehr ändern können und jetzt ist es eben so dass man sich um gewisse situationen vielleicht noch anpassen kann man das spiel ist natürlich auch schon länger raus und das muss man halt zu sagen da war schon einige stunden im spiel verbracht aber wir haben jetzt natürlich einige stunden schon nicht mehr gespielt ich war ein kollege was die ja also bitte jetzt keine glanzvollen hundert daten erwarten und erwarten ja ja schauen wir mal ich weiß gar nicht gibt es da eine neuer ich glaube ich habe jetzt nichts gesehen obwohl die auf der steam seite noch sagen ich glaube ich habe ihn gesehen ob wo ich nicht wirklich zuordnen kann ja also wir würden gerade sein soll also vielleicht ist da ein neuer irgendwo in arbeit ja aber es ist ein ganz witziges spiel also hauptziel ist heute base zu zerstören vom gegner ja und ja man muss sich dort doch doch teilweise gut absprechen das ist es ist es so absprechen was sollte als was sage heute gab wurde diesmal am fruchtig und immer auch auf die mini karten hat am fuß dort wird man sich selbst ist recht und startet man kapsel da gibt es gleich mal die erste chance auf solar die wir auch noch heils gibt jetzt diese oder die zangereistersteine faktor dort aber das ist aber ja es gibt auch einige neue skills und so weiter aber egal wie muss das faust in kürzburg Ja, der ist super! Der Idiot. Ich muss in die Optionen noch einmal V-Sync ausschalten, weil das ist noch der Partie. Weil das wegkommt, also lag. Das versucht ihn uns nicht. Das ist schon wieder unser guter alter Freund der Juri. Der da mit seinen Minen uns das Leben erschwert. Ich will mir gehen mit Abort mit. Nein. Es gibt da halt auch Healer. Oder zumindest einen Healer. Das ist der typische Tank. Wie heißt der? Der Wiking. Der Wiking. Der Wiking. Der Wiking. Ja, Wohl. Der Wiking. So wichtig ist auf die Türme immer zu gehen. Mal schauen. Ja, danke. Das ist halt schön. Der Wiking. Ah. die so war das Wort die Leute aber das ist ein bisschen das hat man länger nicht ja da ist er mit dem abkommen mit 0,0 einem Stil ich weiß es war etwas ist Kielzöger wir uns ehrlich weil sich das im letzten Baum unten verändert hat weil vorher hat man immer Zeit bekommen und nein es ist ein Problem es ist ein Problem es ist es es ist es ist es 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 was es 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 ja es etwas gegen alles Blende-Effekt ich er ist nicht so ganz einfach ist auch nicht schlecht hat er gebraucht nach k war gar nicht zu toll. Aber ist ziemlich ausgeglichen die Partie. Ok jetzt nicht. Es wird jetzt schwierig werden, der ist Alane. Der Turm wird jetzt wahrscheinlich fallen. Ja, jetzt folter. Ja, ich... Ich muss halt die Antwort sofort folgen. Ich glaube, das ist der Anzieher. Das ist der Anzieher. Was ist der Anzieher? Was ist der Anzieher? Ich meine, das ist der Anzieher. Ich mache nichts. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das sind die Anzieher. Wenn wir uns an hohen Team haben. Mhm. Die nächste. Die nächste. Die nächste. Untertitelung. BR 2018 Scheiße, 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 nicht so gut. Na ja, zwei Türme haben wir schon. Hey, das gibt es nicht. Ich verfolge den Skuldi, der hat einen Strich und dann springe ich in diese blöde Mine rein. Das Problem an der ganzen Sache ist halt Osten Nord ist halt nicht teuer, ne? Weil es ist gut bei C-Zeiten, teilweise 90 Sekunden oder sowas. Ja. Es ist ein Sieg heute ziemlich die Kili-Sau. Ja, das muss man, damit muss man halt einfach leben. Wie man merkt. Bestens mal ignoriert das Ganze einfach. So. Ja. Ja. Das ist ja auch schon. Ja. 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 Ich habe den Weg geholfen, ich habe den Weg geholfen. Problem ist, wenn die Leute nicht da mal schreiben können. Das sind die Ollergeister. Hast du gesehen, ich hab den getroffen gehabt? Ja. Der Healer ist der Anzieher, der was bei mir doch nicht leckt von den Gegner. Ja. Aaaaaa Ich werde nicht formen. Ja, ja, ja. Du hast es gefehlt, ne? Ich muss mal schauen, wie wir den Turm da unten holen. Er macht den ganz Alarm fertig, sobald es das oller Schärfste ist. Ja, die Basis ist so gut wie ihn. Ja, ich verstehe nicht warum ich jetzt nix mehr sagen. Was ist das, was ich hier bei den ganzen... Ja, ich verstehe nicht. Den Turm war noch viel. Ja, ganz genau. Das ist das Problem. Der gefeedet hat. Das sind immer die schlechten Ausreden von den noch schlechteren Verlierern. Ja. 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 Ja, das ist das erste Spiel noch so langer Zeit. Das heißt für die erste Runde, was echt gut. Was richtig gut, ja würde ich sagen. Das war ein bisschen ein schlechtes Verlierer, aber gut. Aber wobei ich gefunden habe, das muss ich auch dazu sagen, dass dieser Volta, also von dem Typen, glaube ich, noch am stärksten gespült hat. Der hat wenigstens probiert, ein bisschen allein ein bisschen was zu machen. Aber von den anderen ist es soweit jetzt überhaupt nichts gekommen. Muss man jetzt, wenn man so ein bisschen zusammenfasst. Ja, außer ein paar blöde Sprüche, das ist nicht viel Kummer noch. Naja, gut. Die erste Runde soll einmal ganz gut aussehen. Ja, und werden wahrscheinlich noch die ein oder andere Partie spielen. Gut, bis zum nächsten Mal und gute Nacht. Salü. Ciao.